Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Ja, habt ihr alle verstanden? Gut, dann können wir jetzt auf dem Urovanca mit dem Standardgefecht AMX-12T auf einem 9er-gefecht zeigen, dass wir sterben können. Hallo! Oh, was ist denn die Kanone du hast? Darf ich dir mal anfassen? Ich beschütze das Objekt, sofalls der Torteur oder die Irsachte ankommen. Dafür beschütze ich den jetzt. Weil ich und mein... Weißt du, ich habe jetzt die nächste Kanone hier in der ganzen Runde gerade. Da muss ich den... Wo steht mit dir ab? Sag mal! Irgendwie bescheuert oder so? Hallo! Wo schießt denn der hin? Ich glaube, der ist echt krank. Der war jetzt wohl zu viel im Wald gefahren. Hat sich bestimmt Blattdäusen aus dem Panzer eingefangen. Guck mal, wie schießt. Es wäre voll lustig, wenn ich ihn jetzt so machen würde! Hui! Und dann so blockieren würde! Es wär voll geil! Oh, ich bin Out of Map! Ich bin Out of Map! Out of Map! Out of Map! Out of Map! Schade. Krasser Scheiß Nicht bewegen Kritischer Treffer Wirkungstreffer Der ging nicht durch Wir haben sie nicht mal angekratzt Ich muss ganz nachladen Auch so ein Scheiß Diese Scheiß Waldbewohner immer hier Wir laden nach 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 Boom Alter Alter Junge Okay T28 Shoot more Nicht auf mich Nicht auf mich Nicht auf mich Nein Nein Ach zum Glück Tschüss Ich verpiss mich Ich hab keinen Bock auf den T28 Jetzt hab ich Bock auf den T28 Jetzt hab ich keinen Lust mehr auf den Also wenn er mir nicht Leben hat Dann hab ich keinen Lust auf den Da war mal ein Baum weg Finde ich frag mich wer das ist Weiß ich so ein Baum Baut sich über 30 Jahre lang auf Dann kommt einfach so ein Panzer Kaputt Auf den wird geschossen Das ist verstecken Wir sind stark getarnt Und sieht keiner Vielleicht sieht man ja unsere Ameisenohren Mal gucken Och man sieht die Mal geil wir sind echt geschützt durch so'n kleinen Stein Ich hab aber Angst zu spotten Wer sagt das überhaupt Ganz einfach Ich schieße mal da hinten hin Da bin ich schön Hast gespottet Zufrieden Furst So Nochmal geschossen Wenn die mich denn auch anfangen zu schießen Oder sich dann irgendwie so zeigen Das ist jetzt Ich hab doch grad gespottet Du Idiot Alter Nicht doch Nicht doch Das können wir auch alles friedlich lösen Das geht auch alles friedlich Lass uns verhandeln Ich glaub der hat mich gesehen Ich glaub der Tortue Hab mich gesehen Tatütada Ja es ist natürlich jetzt übel gelaufen Für uns Dann danke schön fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss